Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der Rezept. Das wird brenzlich. Nach der Landung, rauf und ran. Landung, halb drei Marines! Flow, ich würde sagen so eine halbe Stunde oder Stunde ROE. So wegen acht. Hey, das war hart. Das war's für heute. Verstanden. Echo 419 im Anzug. Hat jemand einen Warthog angefordert? Ja, ich wahrscheinlich. Wusste nicht, dass Sie Hausbesuche machen, Vohemmer. Sie kennen unser Motto. Wir bringen's. Wir bringen's, ja. Okay, dann spiele ich noch eine Runde zuerst und dann AOE, alles klar. Dann machen wir das auch. Also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum, dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Und los. Ja, in der Wand. Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Und der Schuss. Jetzt fällt mir nichts auf. Stop. Das ist es. Los geht's. Ich hab erwischt. Dann bist du auch gleich tot. Oh, wir sind tot. Die Allianz gibt alles. Der Kartograph muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Gehen wir weiter rein. Ja, machen wir. Gehen wir weiter rein. So, äh... Ja, das ist so. Das ist süß. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Es ist möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Belastend. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Das ist richtig. L2 419 an Bodenteam. Ich bleib in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Dies Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Ja. Ist sie. Oh, da geht's weiter. Ja. Ja. Ich bin da wieder oben da rein. Diese Überbrückung. Es wird wieder gesucht. Da-da-da. Waden abgeschlossen. Ja, an der Wand, oder? Was ist denn diese Scheiße? Waden abgeschlossen. Da muss es ja hier sein. Das ist ja hier sein. Tö-dä-da. Es wird wieder gesucht. Tö-dä-da. Tö-dä-da. Das war echt befragt Der Laden abgeschlossen Diese Scheiße Sicherheitsüberblick Was so einfach wäre Draußen muss ich eher bekommen sein Das ist doof hier Das Auto schnappen Auf und dauert einfach zu lange Der liegt halt immer noch Was mir hilft der Bassert Da Steig ein Danke So Hab ich das schon mal gesagt Die Steuerung von den Fahrzeugen In Halo ist echt für den Arsch Wo muss ich jetzt hin Können wir weiter Oh Gott Scheint so Also dass ich raus müsste Weil ich hier eine schlechte Position habe Scheint so Hallo So Oh nein Warum bin ich jetzt runtergesprungen Dann bin ich runtergesprungen Ich bin runtergesprungen Nein, lass mich in Ruhe Ja Ich bin runtergesprungen War das überhaupt noch? Er ist die ganze Zeit hinterm Baum versteckt, ich verstehe es nicht mehr. Ich bin fast tot. Ich muss hier raus. Doch komm. Ich krieg die Krise. Was schlägt denn jetzt Spiele ein? Ich will hier raus. Luca, warum bin ich Level 4? Was habe ich denn alles verpasst? Was wurde mir vorhin angezeigt? Ich zeige es einfach nur, dass du Level 4 bist. Das ist ein Levelsystem für die Leute im Chat, damit man sieht, wie aktiv sie sind und wie lange sie schon dabei sind. Und zum Beispiel, wenn ich mal Giveaways mache, dann sage ich mal, ist das nur für die Leute, die Level 10 sind oder sowas. Was ich damit gemacht habe, war halt derjenige, der zuerst Level 10 erreicht, der hat ein Zap geschenkt bekommen von mir. Und ja, sowas halt. Und ja, sowas halt. Das ist tot, Alter. Das ist tot, Alter. Och, trinken wir zum Heilen. Das ist tot, Alter. Dig nicht. Uh, weg. Stark. Und weg! Oh, da sind zwei! Ja, Bruder muss los! Ah, die machen witzig wie Schaden, die scheiß Wichser! Schaden. Oh, hier ist ein Heepack! Oh, gee! Das sah doch mal komplett aus, Alter! Oh, die haben mir gerade richtig das Leben weggebumst. Richtig, komplett. So, also habe ich viel verpasst, wo ich inaktiv war. Ja, das hast du. Eine Menge. Oh Gott, der kommt mir zu nahe, der kommt mir zu nahe. Was ist die von mir? Oh, schön. Ein Opfer weniger. Ja, genau das meine ich, genau das meine ich. Darf ich mich treffen lassen? Und was passiert? Ich werde getroffen. Ah, Mann, der Käum. Oh, ich kriege die Krise. Was ist das? Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. muss man in halo aus der hütte schießen ja mit den meisten machen schon es gibt ein paar waffen mit den kannst du skopen aber das ist zum beispiel die hier mit der kannst du skopen mit der kannst du es nicht mein leben einfach viel zu viel schaden und weg und und Das geht so. Auf die Munition. Oh. Daddy. Ich bin da fast tot. Fast. Fast. Feeling, Alter. Du spielst 18 Jahre alt. 18 Jahre alt. Wenn er mich pusht, heißt das, er ist fast tot. Wenn er mich pusht, heißt das, er ist fast tot. Wenn er mich pusht, heißt das, er ist fast tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Bruder muss los. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. on top, alter G90 Easter Das ist wirklich sehr belastend Ich werde es wirklich hart lassen können Da kommen wir zu nahe Alter So, die Motionsphäre ist gerade nicht so optimal bei mir Der muss endlich sterben Das stimmt, ist ja leer Endlich ist er Jetzt ist er tot Du pressest, ich sehe du bist auch gerade da Wie ist deine Cisco Free-to-Play-Experience aktuell? Ich habe Cisco denseliert Oh, das Schild, das ist gut Gehen wir mal rein, würde ich sagen In die Höhle der Löwen Mit 95 Schuss Mit der Pistole willst du mich verarschen? Was ist los? Ist halt leer Ja, das ist halt Das war kein Was du mich gerade meinst Nee, ich meine nicht dich, Luca Äh, was? Wie ist es denn? Ja, ein Jäger mit nur einem Pistolenschuss ausgestattet Ja, ich habe mich auch gerade gewundert Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade getan habe Oder wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht, Leute? Was ist los auf jeden Fall? Was ist los? Und hier gibt es keine Munition Warte mal, gibt es hier Munition? Hat doch auch hier eine Waffe Ja, gut Ist auch eine bessere Waffe Ja, hier So, das ist schon mal Ganz gut Aber wie habe ich den gerade mit einem Schuss 0-3 steht schon wieder Yippie Ja, du Keine Ahnung Ich weiß nicht, was ich für ein CSCO halten soll Ach, Lull Wenn man die da hinten trifft, dann Okay, wusste ich nicht Lull, da sind sie verletzlich Also unter diesem Panzer Da Da sind sie verletzlich Ansonsten sind sie überall gepanzert Aber da sind sie One-Shot Okay, das wusste ich gar nicht Egal, jetzt wird es schlauer Jetzt haben wir ein bisschen mehr Wie heißt das? Brain, ja Ja, ein bisschen mehr Erfahrung Dementsprechend können wir ein bisschen mehr Und ein bisschen besser Bekämpfen Besser Laufen da wieder Unsichtbare Ne, okay Ich dachte gerade Oh nein Ja, es ist sehr ruhig Und das ist nicht gut Ich muss wieder zurück Das ist jetzt nicht gut Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Oh, ich bin am Arsch Unsichtbaren Bixer, Alter Noch mehr Denke nicht Aber nur, weil ich das denke, heißt es nicht, dass hier keine mehr sind Richtig Wenn man schon passt, muss ich einfach null Null Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen Gehen wir den Strand ab, halten sie nach Frachtausschau, die wir bergen können Ich bin tot Oh, nicht Sorry, dass ich so ganz ausreste, aber ich liebe den Raketenwerfer Der ist so geil Ich weiß auf jeden Fall, dass man da online spielen kann Weil das habe ich ganz viel damals mit Kollegen gespielt Halo 3 Ich glaube sogar mit Lando, also mit Iceman So, Ring of Illusion kann kommen Der Ragequid ist da Okay, okay Flo, woran lagst du diesmal mit dem Ragequid? Oh Oops Oh, wo wurde das? Das ist dann auch Ne, dieses Mal bin ich rausgelegt, weil ich schöne, tolle Südkasse im Team hatte Du weißt was Ja, Russen Russen sind doch was tolles Jeder sollte einen haben Ich glaube hier sind ein paar Leute von mir gestorben Ah, ja, 600 Schuss, klingt gut Klingt super gut Ah, das klingt sehr gut Gute Kombination würde ich sagen So Alter, magst du, Servus Das ist der geilsten Spiele Also, was heißt das geilsten Spiele Eine der geilsten Spielereien, meiner Meinung nach Eine der geilsten Spielereien, meiner Meinung nach Ach stimmt, der muss ja noch da oben rein Halleluja Maxo, wir spielen so ungefähr um acht Ist der tot? Ja Gegen euch habe ich gesagt, gar keine Lust zu kämpfen Weil ich will jetzt hier reingehen Und gegen ein Schwerteil kämpfen Sag mal Ist eigentlich dieses Bild im Stream gewollt Also wenn man drüber fährt Mit dem Code, soll das dann auch schon von Dann auch schon von PUBG Welches Bild Nee, ich weiß nicht, was du meinst Also hier ist nix Keine Ahnung Ist jetzt im Stream So, bei Twitch Hier, hier ist nix Ich wollte sagen, dass wir Hallo, Oberweil, Servus Was wolltest du Was wolltest du sagen? Ich sagte Wir können so gegen 20 Uhr RoE spielen Flo ist mit am Start Und Dings Das wir auch noch mit dabei Also Flo Maxo Und Wie heißt er Empowered Ja Servus Peanut Was glaubt ihr Peanut? Wie geht's denn? Ähm Warte mal Wo ist der Typ? Da sind die Kopfschütteln bringt dir da nix Mein Lieber Oh Oh Das war's für heute. Sorry. Oben, oder man? Oben. Oben. Okay. Alles klar bei dir? Jo, bei mir und selbst. Das ist ein älterer Teil von Halo. Ja, das ist der erste Teil von Halo. Das ist der, der 2001 rauskam. Ja. Das ist der erste Teil von Halo. Ihr werdet jetzt die komplette Serie von Halo auf Twitch durchspielen. Wo ist denn der Typ jetzt? Ja. Und rüber? Ja. Ja. Also. Von mir auch. Bin wieder gesund und darf arbeiten. Nice. Ich wünschte ihr könnt das von mir auch sagen. Ja. 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 vor allem diese anfangs die anfangsmelodie von hell und dies okay leute besuch jetzt im anmarsch feind bei kontakt sofort angreifen wenn wir hier nicht raus sind bevor verstärkung kommt wird hier sehr eng suchen wir diese karte was mache ich hier ich suchte ihn schon ich bin unsichtbar hey leute Ich habe nicht gedacht, dass er mit mir zuläuft. Das war dumm, aber egal, das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, es passiert manchmal dummes Zeug. Ein Flow-Over gehört zum Tier oder was? R.O.E. meine ich jetzt. Sieht irgendwie aus wie das Stargate. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg Cortana. Sein Schiff ist wohl aus der Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es, Parker. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Schauen wir das gleich an, Peanut. Wenn ich draußen bin. Ich komme ja nicht mehr raus. 8-Machs. 5-Machs. 3-Machs. 5-Machs. Wir haben einen Kopf. 10-Machs. 7-Machs. Musik passt einfach Null. Oh nö. Oh Gott. Die Musik passt Null zur Halo, Null. Das ist ein Minum Minum. 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 Wenn man am Anfang, wenn man das Spiel startet, der Soundtrack passt. Das ist ein Minum Minum Minum. Das ist ein Minum Minum Minum. Wow. Der passt überhaupt nicht. Das ist ein Minum Minum Minum. Das ist ein Minum Minum Minum. So, ich werde gleich zu Ring of Elysium wechseln. Meine Analyse zeigt, das ist ein Minum 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 Minum. Sie haben wir sicher, dass wir sicher sind. Sie haben wir sicher unseren Unterstand analysiert. So ein Baby ist nicht willig. Sehen wir es von der positiven Seite, Fohhammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Das ist ein Minum Minum. Das ist ein Minum. Das ist ein Minum. Untertitelung des ZDF, 2020